Die Bleichblutjagd. Eine Bloodborne-Analyse von Redgrave. All denen gewidmet, die eine Geschichte zu erzählen haben. Die älteste und stärkste Emotion der Menschheit ist die Furcht. Und die älteste und stärkste Furcht ist die Furcht vor dem Unbekannten. H.P. Lovecraft. Supernatural Horror in Literature. Anmerkung des Übersetzers Ich habe großen Respekt vor dem Autor dieses Werkes und werde mein Tunlichstes versuchen, den von ihm gewählten Formulierungen treu zu bleiben. Wovor ich allerdings weniger großen Respekt habe, sind die offiziellen deutschen Übersetzungen von Dialogen, Itembeschreibungen, Ortsnamen und Charaktertiteln, die teilweise einfach an den Sinn und Umfang ihrer englischen Entsprechung nicht heranreichen. Bestimmt ist dies bei der Transition aus dem japanischen Original ins Englische auch der Fall. Aber ich kann leider kein Japanisch. Da sich viele Geheimnisse Bloodbonds aber häufig in besonders präzisen oder versteckten Bedeutungen mancher Formulierungen verbergen, ist es für diese Art der Analyse essentiell, so genau wie möglich zu übersetzen und zu interpretieren. Dabei werde ich mich zeitweise von den offiziellen Übersetzungen distanzieren müssen, um dem, was eigentlich vermittelt werden soll, gerecht zu werden. Dies werde ich jedoch vermerken und begründen und der offizielle englische Text wird in der Beschreibung zu finden sein, damit meine Entscheidungen nachvollzogen werden können. Kapitel 1 Burgenworth ist eine alte Einrichtung des Lernens. Und das Grabmal der Götter, das aus dem Untergrund Janems gehauen wurde, sollte jedem Jäger geläufig sein. Einst entdeckte eine Gruppe von Burgenworth-Gelehrten ein heiliges Medium tief in der Gruft. Dies führte zu der Gründung der Kirche der Heilung und Etablierung der Blutheilung. In diesem Sinne kann alles, was in Janem heilig ist, nach Burgenworth zurückverfolgt werden. Alfred, Ekelblutjäger Alles beginnt in Burgenworth. Burgenworth war eine Bildungsanstalt, errichtet in einer abgelegenen Gegend, fern der Nachbarsstadt und nahe einem großen See. Dort war es, dass eine Gruppe von Leuten studierte und die tiefen menschlichen Wissens erforschte. Burgenworth hatte viele Studenten. Abgesehen von diesen Studenten gab es jedoch eine Gruppe bestehend aus herausragenden Persönlichkeiten. Eine Art inneren Kreis. Obwohl nicht alle von ihnen per se Gelehrte waren, werde ich diese Personengruppe im Zuge der Analyse als die Gelehrten von Burgenworth bezeichnen. Als Mitglieder dieser Gelehrten können wir mit Sicherheit Willem, Lawrence, Mikolasch und Carol bestimmen. Meister Willem war der Vorstand der Akademie und wurde allerseits respektiert. Alle Charaktere, die ihn erwähnen, reden von ihm als Meister Willem, was ein hohes Maß an Respekt indiziert, auch wenn manche abweichende Ansichten hatten. Der Beschreibungstext des Runenwerkstattwerkzeugs nennt ihn Probst Willem. Ein Probst ist der Administrator einer akademischen Einrichtung, was den Gedanken, Willem als Führungsperson der Schule anzusehen, unterstützt. Der Kern von Willems Forschung lag in der Untersuchung der Begrenzungen menschlichen Intellekts. Lawrence hingegen ist eine rätselhaftere Figur, vor allem für einen so wichtigen Charakter. Der Bestienschädel in der großen Kathedrale lässt den Spieler Zeuge der Erinnerung an eine Unterredung von Lawrence und Willem werden. In dieser bezichtigt Willem, den jüngeren Lawrence, ihn betrogen zu haben. Einer Notiz auf der Treppe der Kathedrale ist Folgendes zu entnehmen. Derartige Verehrung deutet darauf hin, dass Lawrence eine wichtige Figur in der Kirche der Heilung gewesen sein muss. Es ist eindeutig belegt, dass die Kirche der Heilung ihre Wurzeln in der Universität von Byrgenworth hat. Der Text der Schuluniform sagt Folgendes aus. Die Kirche der Heilung hat ihre Wurzeln in Byrgenworth und borgt dementsprechend viel vom Design der Uniformen. Ihr Fokus, der nicht Wissen oder Überlegung, sondern reine Anmaßung ist, würde Meister Willem verzweifeln lassen, wenn er davon wüsste. Anmerkung. Das Kernwort hier ist Pretension, für das es in diesem Fall keine zufriedenstellende Übersetzung gibt. In diesem Fall wird der Kirche vorgeworfen, dass sie sich von den Werten der Universität distanziert hat, nicht mehr dem Wissen und der Forschung dient, sondern einer Fassade der Prahlerei und Täuschung errichtet hat, hinter der sich etwas verbirgt. Wenn Meister Willem das nur wüsste. Lawrence hat den Titel des ersten WKs inne. Dies wissen wir vom menschlichen Schädel aus dem Albtraum und durch den Kampf mit ihm im DLC. Dies bestätigt, dass Lawrence tatsächlich einer der Gründer der Kirche war, die sich von Byrgenworth im Zuge des Ereignisses distanziert hat. Das später als Schisma, was so viel bedeutet wie Spaltung, bezeichnet werden soll. Dazu jedoch später mehr. Mikolasch, der Boss im Albtraum von Mensis, war ein anderer Gelehrter, erkennbar anhand der mitgenommenen Byrgenworth-Schuluniform, die er trägt. Außerdem verweist dieser immer wieder auf andere Teile Byrgenworths, was intimes Wissen über die dortigen Vorgänge voraussetzt. Carol war eine geniale Runenschmiedin, die durch unbekannte Methoden die fremdartigen Äußerungen der Great Ones hören konnte. Obwohl sie die unmenschlichen Laute dieser Wesen nicht verstehen konnte, vollbrachte sie es irgendwie, diese als Runen zu visualisieren. Das Runenwerkstattwerkzeug beschreibt Carol folgendermaßen. Runenschmiedin Carol, Schülerin Byrgenworths, formte die unmenschlichen Äußerungen der Great Ones in das um, was nun als Carol Runen bezeichnet wird. Weiterhin gibt es zwei Personen, bei denen wir davon ausgehen können, dass sie Mitglieder der Gelehrten waren. Germen und Maria. Germen war höchstwahrscheinlich ein Bekannter sowohl von Lawrence als auch von Willem. Nachdem der Spielercharakter Rom die geistlose Spinne besiegt, kann er Germen im Schlaf wimmern hören. Oh, Lawrence, Meister Willem, so helfe mir jemand. Außerdem wissen wir, dass Germen der erste Jäger ist. Er gründete die Werkstatt, die im oberen Kathedralenbezirk verborgen liegt. Er arbeitete wahrscheinlich mit der Kirche in der Gründerzeit zusammen. Betrachtet man Germens beachtliche kämpferische Fähigkeiten und meisterhafte Handwerkskunst, so könnte man annehmen, dass er vielleicht ein Leibwächter bei Ausgrabungen war oder vielleicht ein Handwerker auf dem Gelände der Universität. Maria war Germens begabteste Schülerin. Und der Fakt, dass sie die Forschungshalle der Kirche der Heilung übernimmt, deutet darauf hin, dass sie auch eine Schülerin Lawrences war. Doch davon abgesehen, machte ihre Teilnahme an den Ereignissen im Fischerdorf sie zu einem sicheren Kandidaten für ein Mitglied der Gelehrten von Bergenwerth vor dem Schisma. Jetzt, wo wir uns die Einzelnen etwas genauer angesehen haben, können wir einen Blick auf die Gelehrten als Gruppe werfen. Willem, Lawrence, Mikolasch, German, Maria und Carol waren Einzelpersonen an der Universität von Bergenwerth, einer Einrichtung, die dem Erlangen von Wissen und der Erkundung eines gewaltigen Untergrundlabyrinths gewidmet war. In diesem Labyrinth machten die Gelehrten eine Entdeckung, die jedes Ereignis in Bloodborne in Gang setzen sollte. In der Tat, die gesamte Geschichte Bloodborne's lässt sich auf einem definitiven Moment zurückverfolgen. Der Moment, in dem die Gelehrten etwas entdeckten. Tief. Tief in den Eingeweiden des antiken, ptumerianischen Gewölbes. Der Schafrichter Alfred merkt Folgendes an. Einst entdeckte eine Gruppe von Bergenwerth-Gelehrten ein heiliges Medium tief in der Gruft. Dies führte zur Gründung der Kirche der Heilung und Etablierung von Blutheilung. In den Tiefen des Labyrinths entdeckten die Gelehrten das alte Blut. Es ist nicht exakt klar, was genau gefunden wurde, aber auf der höheren Ebene des Herrenhauses von Bergenwerth lässt sich die leere Trugbildhülle finden. Anmerkung. Die leere Trugbildhülle ist eine der übleren übersetzerischen Missetaten. Im Original, Empty Phantasm Shell genannt, stellt das Wort Phantasm einen Eigennamen dar. Die Übersetzung ist überflüssig und verwirrend. Das Wesen, dem die Hülle gehört, ist ein Phantasm. Auf Deutsch eine oder ein Phantasma. Die Beschreibung des Gegenstandes weist ausdrücklich darauf hin. Leere Hülle eines Wirbellosen, von welchem gesagt wird, es wäre ein Vertrauter eines Great Ones. Die Kirche der Heilung hat eine Vielzahl unterschiedlicher Wirbelloser oder Phantasmas, wie sie auch genannt werden, gefunden. Was also auch immer gefunden wurde, es war ein Beweis für die Existenz der Great Ones. Es ist sogar möglich, dass die Gelehrten Ebrietas entdeckten, den zurückgelassenen Great One, der später mit der Kirche der Heilung Kommunion halten würde. Sicher ist jedoch, dass sie eine Quelle des alten Blutes entdeckten, das befleckte Blut der Great Ones. Mit der Entdeckung des alten Blutes und der Great Ones veränderte sich alles. Evolution wurde das Ziel. Die Begrenzungen der Menschlichkeit sollten durchbrochen die Menschheit zu etwas Höherem aufsteigen. Etwas Größerem. Die nächste Stufe der Menschheit lag in greifbarer Nähe. Die Ebene der Great Ones. Die Art und Weise dieser Evolution war jedoch umstritten. Die Gelehrten von Byrgenworth hatten unterschiedliche Ansichten, wie diese Entwicklung vonstatten gehen sollte. Allen voran Lawrence und Willem. Die Carol-Rune-Auge gibt Aufschluss über die Gedanken Willems. Augen sind das Symbol für jene Wahrheit, nach der Meister Willem forschte. Frustriert von der Begrenztheit menschlichen Intellekts suchte er bei Wesen höherer Ebenen nach Anleitung und strebte danach, sein Hirn mit Augen auszukleiden, um seine Gedanken zu erheben. Die andere Sichtweise beschreibt die Metamorphose-Rune. Die Entdeckung von Blut ließ ihren Traum von Weiterentwicklung Wirklichkeit werden. Metamorphose. Und der Exzess und die Ausschweifung, die folgten, waren nur der Anfang. Es gibt zwei verschiedene Ressourcen, die der Spieler während des Spielens sammelt. Blood Echoes und Inside. Blutechos und Einsicht. Durch die Echos wird der Spieler immer mächtiger. Er erlangt Stärke. Durch die Einsicht gelangt er an Wissen. Während also manche in Birkenworth glaubten, dass Wissen und Verständnis hinsichtlich der höheren Ebenen und der Great Ones zur Weiterentwicklung der Menschheit führen würde, so glaubten andere, dass dies durch Einnahme und Verschmelzung mit dem alten Blut geschehen würde. Letzteres war gegensätzlich zu allem, wofür Willem stand. Fürchte das alte Blut. Diese beiden im Grundsatz gegenteiligen Philosophien würden einst zum Schisma von Birkenworth führen. Doch es gibt noch einen weiteren Teil des Puzzles. Setzt der Spielcharakter einen Fuß in das Fischerdorf im Albtraum des Jägers, so wird er direkt von einem Fischkinn begrüßt. Anmerkung. Das Wort Kin findet in Bloodborne häufig Anwendung und könnte theoretisch problemlos mit Verwandter übersetzt werden. Kin in der Welt von Bloodborne beschreibt jedoch im Speziellen eine Kategorie von Wesen, die nicht einfach nur als Verwandte abgetan werden können. Die Kin sind solche Wesen, die eine Verbindung zu den Great Ones haben, die mehr als nur Mensch sind. Fischkinn sind demnach etwas anderes als Fischverwandte. Sie sind Kin, Menschen, die einst die oben beschriebene Metamorphose durchliefen, sei es durch Einsicht oder das alte Blut. Sie teilen eine Verbindung, eine Kinship mit den Great Ones. Der Fischkinn murmelt Folgendes vor sich hin. Birkenworth, Birkenworth, blutrünstige Mörder, blasphemische Unmenschen. Wenn der Spieler die Seidenpflanzenruhne ausgerüstet hat, gibt das Fischwesen ihm das verfluchte Gebräu einen deformierten Schädel, dessen Beschreibung Grausames andeutet. Schädel eines Einheimischen des geschändeten Fischerdorfes. Das Innere des Schädels wurde gewaltsam nach Augen untersucht, was anhand der unzähligen Kratzspuren und Kerben zu erkennen ist. Abgesehen von den gemurmelten Äußerungen der Fischkinn gibt es nur eine weitere Verweisung auf Kos. Mikolash, während seiner Unterredung mit dem Kosmos. Ah, Kos, oder wie manche sagen, Kosm. Rom, wie der Spieler auf sie trifft, ist eine große Kreatur, die am Boden des Mondseitensees von Birkenworth zu finden ist. Roms Titel ist der der geistlosen Spinne. Und sie scheint recht schwächlich zu sein. Roms einzige wirkliche Stärke stammt aus den Spinnenkinn, die sie zur Verteidigung beschwören kann. Abgesehen davon ist sie kaum fähig, sich effektiv zu beschützen. Und auch das nur durch das ungelenke Schleudern von Energiescherben oder wildem Herumgedresche. Das Treffen mit Rom ist ein Drehpunkt. Hier verendet sich die Narrative. Sie geht von einer Geschichte über das Jagen von Bestien zur Jan-Realisation über, dass wir als Spieler nur an der Oberfläche einer viel, viel dunkleren Geschichte kratzen. Aber Rom ist kein komplett entwickelter Great One. Mikolash in seiner Kommunion mit dem Kosmos erzählt uns mehr. Pflanze Augen in unsere Hirne. Bereinige uns von unserer bestialischen Idiotie. Rom war nicht immer ein Great One. Augen wurden in ihr Hirn gepflanzt, reinigten ihre Idiotie. ihre sterbliche Einfachheit durchbrachen die Grenzen menschlichen Intellekts. Rom stieg auf und wurde ein Great One. Rom wird im Englischen als Vacuous betitelt, was so viel wie leer, ausdruckslos oder eben geistlos, also an Intelligenz mangelnd, bedeutet. Behalten wir das im Kopf und fragen uns Folgendes. Wo kommt Rom her? Wer ist sie? Was ist ihre Beziehung zu Kos, dem toten Great One? Was folgt, ist die pure Interpretation des Autors. Dies soll als Grundlage für eigene Gedanken führen. In Burgenworth verbrachten Meister Willem und seine Studenten ihre Zeit damit, das ptumerianische Labyrinth zu erforschen, welches tief unter der Erde verborgen lag. Sie studierten die Götter der vergangenen Zivilisation und erforschten die Tiefen des menschlichen Intellekts. Die Gelehrten von Burgenworth erzielten zwei bedeutende Durchbrüche während ihrer Studien. Die erste große Entdeckung war die des Alten Blutes. Genauer gesagt, das eines Great Ones. Es ist möglich, dass dieser Great One Ebrietas war, da wir im Burgenworth-Vorlesesaal den Augur von Ebrietas und im ersten Stock des Herrenhauses die leere Phantasmenhülle finden. Die zweite große Entdeckung war Kohs. Zunächst drängt sich der Gedanke auf, dass die Gelehrten Kohs getötet hatten. Doch wenn man die Beschreibung des im Dorf zu findenden Kohs-Parasiten beachtet, zeichnet sich ein anderes Bild. Im angespürten Kadaver von Kohs wimmelte es nur so von winzigen Parasiten, ungleich jedem, der je im Menschen gefunden wurde. Dies bleibt eine vage Theorie, bis man dem Dialog von Maria besonders Beachtung schenkt. Ihre Worte machen mehr Sinn, wenn man bereits das ganze Bild gesehen hatte. Ein Leichnam sollte ruhen gelassen werden. Oh, wie gut ich das weiß. Wie verführerisch die Geheimnisse doch locken. Wenn man Maria das erste Mal begegnet, nimmt man an, sie würde über ihren eigenen Leichnam sprechen, den man zusammengesunken in ihrem Sessel im astralen Uhrenturm findet. Doch wirft man einen genaueren Blick auf das Design des Fischerdorfes, so kommt man zu einer neuen Erkenntnis. Man beachte die Harpunen, mit denen die verdrehten Bewohner des Dorfes den Spieler attackieren. Die hybriden Giganten schleudern schwere Anker. Mächtige Schifffracks säumen die Küste. Dies ist kein illustres Fischerdorf. Dies ist eine Walfängerstadt. Die Masten der Schiffe ragen noch immer am Horizont des Albtraumgrenzlandes auf, mit rätselhafter Bewandtnis, bis man sich ihrer Herkunft bewusst wird. Die Dorfbewohner müssen Coase auf See gesichtet haben und zu den Waffen gegriffen haben, um das fremdartige Monster zu töten. Sie jagten und erlegten sie, kehrten siegreich in ihr Küstendorf zurück. Doch eines Tages wurde der Kadaver des toten Great Ones angespült. Als sie den Kadaver untersuchten, fanden die Dorfbewohner die wimmelnden Parasiten, der sie schon bald infizierte, Körper und Geist übernahm und sie in die Fischkinn transformierte, die wir heute antreffen. Unausweichlich musste Burgenworth vom toten Gott des Fischerdorfes erfahren haben und zwei der Gelehrten wurden ausgesandt, um die Geschehnisse zu untersuchen. Germen und Maria. Der Ankündigungstrailer des DLCs zeigt Germen, wie dieser mit ausgeklappter Sense das Dorf betritt und im Brunnen finden wir Rakujo, die Waffe Marias. Germen, der erste Jäger, und seine Schülerin reisten zu dem Dorf und schlachteten die Kinn. Die Schädel wurden auf der Suche nach Augen aufgebrochen und die beiden Jäger schlugen eine blutige Schneise zum Leichnam von Coase. Dort war es, wo sie ihre größte Sünde begehen würden. Der Fahrstuhl in der Forschungshalle der Kirche der Heilung zeigt drei Statuen, die über ein Kind gebeugt sind, wie bei einer Untersuchung. Die zentrale Figur ist eindeutig Meister Willem, zu erkennen an seinem charakteristischen Hut und den Roben. Die anderen beiden sind Germen und Maria. Und sie entdeckten, dass Coase schwanger war, der ungeborene Fötus in ihrem Leichnam noch intakt. Eine besonders wichtige Regel des Bloodborne-Kosmos ist, dass auch wenn ein Individuum in der Waking World, der wachen, traumlosen Welt stirbt, sein Bewusstsein kann in den Traumlanden verweilen. Dies wird immer und immer wieder relevant, zum Beispiel durch die Existenz von Mikuleschs Leichnam in der Wachenwelt, obwohl dieser im Albtraum von Menz ist, quicklebendig, wenn auch komplett durchgedreht ist. Der ungeborene, ermordete Great One wurde nach Bergenworth gebracht und im Namen der Wissenschaft seziert. Dabei wurde ein Teil der Nabelschnur erlangt, im Englischen ein Cord of the Eye. In diesem Moment hatte Meister Willem das Genie von Bergenworth eine Epiphanie. In der Beschreibung der großartigen Weisheit wird Willem folgendermaßen zitiert. Unser Denken findet auf der grundlegendsten Ebene statt. Was wir brauchen, sind mehr Augen. Und tatsächlich, das Auge ist das Symbol, das nicht nur im Interface des Spielers Einsicht repräsentiert, sondern auch das Wissen um die höheren Ebenen und der Existenz der Great Ones. Die Entdeckung der Great Ones und des Alten Blutes teilte die Gelehrten von Bergenworth in zwei Fraktionen. Die einen will ich die Loyalisten nennen, angeführt von Meister Willem. Die Loyalisten glaubten an die Evolution durch Augen. Die Ansammlung von Einsicht würde die Menschheit zum Aufstieg führen. Diese Fraktion bestand aus Willem und seinen Studenten. Die andere Fraktion soll hier als die Radikalen bezeichnet werden. Sie wurden von Lawrence angeführt. Die Radikalen glaubten an die Evolution durch das Blut. Die Ansammlung von Stärke würde die Menschheit zum Aufstieg führen. Die Radikalen waren Lawrence, Gammon und Maria. Und auch wenn es zu keinem Gewalthandlung zwischen den beiden Parteien führte, so würde der gravierende Unterschied in ihren gegensätzlichen Ansichten unweigerlich zu einer Separation und der Verfolgung eigener Wege führen. Während die Loyalisten in Bergenworth verblieben, gründeten die Radikalen in ihrem Verlangen, ihr Wissen um das alte Blut zu verbreiten, die Kirche der Heilung. Dieses Schisma zog sich nicht nur durch den inneren Kreis der Gelehrten, sondern auch durch die Studentenpopulation. Und viele verließen die Akademie zusammen mit den Radikalen. Da die Kirche der Heilung aufblühte, waren Meister Willem und seine Verbündeten höchstwahrscheinlich besorgt um die wachsende Macht und die Bedrohung durch die neue Institution. Die Loyalisten waren sich vollkommen bewusst, dass die Handlung der Kirche der Heilung und ihre maßlose Nutzung des alten Blutes unweigerlich in der Verbreitung der Plage enden würde. Während sich die Kirche der Heilung in Janem verbreitete, führten Willem und die verbleibenden Loyalisten ihre eigene Forschung fort. Über die Ereignisse der folgenden Zeit ist nicht viel bekannt. Was wir jedoch sehen können, sind die Früchte der Arbeit der Loyalisten. Wenn wir Josefka bzw. der falschen Josefka begegnen, nachdem der Blutmond aufgegangen ist, erlangen wir, sollten wir sie töten, einen weiteren Chord of the Eye. Ein weiteres Drittel einer Nabelschnur. Die Beschreibung dieses Gegenstandes gibt uns Aufschluss über die weitere Forschung Willems. Willem erforschte die Nabelschnur, um sein Dasein und Gedanken auf die Ebene eines Great Ones zu erheben, indem er sein Hirn mit Augen auskleidete. Er wusste, dies war die einzige Möglichkeit der Menschheit, den Great Ones in ihrer Großartigkeit jemals zu entsprechen. Betreten wir das Herrenhaus von Byrgenworth das erste Mal, treffen wir dort auf einen Jäger namens Yuri, welcher den Anschein macht, ein Mitglied des Chors zu sein, der höchstrangigen Mitglieder der Kirche der Heilung. Yuri führt ein Ruf ins Jenseits mit sich, die ultimative Waffe des Chors, trägt die Augenbindenkappe und ist in die Tracht eines Chormitgliedes gekleidet. Anmerkung. Wie bei der Phantasmenhülle trifft auch ein Ruf ins Jenseits nicht den Kern des Originals. A Call Beyond, das Jenseits hat im Deutschen eine Verbindung zum Tod, zum Reich des Todes oder sogar ein Leben nach dem Tod. Beyond beschreibt aber etwas, was jenseitig liegt. Der Ruf ins Jenseits dringt vor in eine Ebene jenseits der Realität, jenseits der wachenden Welt, vielleicht sogar eine Ebene jenseits des Todes, aber eben nicht in das Jenseits, wie es im Deutschen geprägt ist. Dies impliziert, dass der Chor von Zeit zu Zeit zu den Ruinen Byrgenworths zurückgekehrt ist, vielleicht um alte Forschungsaufzeichnungen oder Artefakte zu sammeln. Warum also die falsche Josefka, die mit dem Augur von Ibrietas eine weitere Waffe des Chors führt, im Besitz eines Artefaktes ist, das einst Meister Willem gehörte, könnte auf diese Weise erklärt werden. Der Chor könnte die Nabelschnur geborgen haben, die Nabelschnur des Weisen von Kos, dem ungeborenen Embryo aus dem Fischerdorf. Willem hatte die Nabelschnur benutzt, um seine Forschung voranzutreiben. Er tauchte tiefer und tiefer in die Untiefen des menschlichen Verstehens ein. Während dieser Zeit, als intensivste Nachforschung bezüglich der Great Ones in Byrgenworth betrieben wurde, wurden die Studenten transformiert und mutierten zu verdrehten Gärten von Augen für Willems Forschung. Sie wurden zu bizarren Kinn des Kosmos, fremdartig und insektoid, das Gelände der Universität durchstreifend. Nur vier Personen überdauerten, Meister Willem selber, Doris, die Grabwächterin, der namenlose Torwächter, dem das Passwort anvertraut wurde, und Rom. Was mit Carol geschah, ist unklar. Sie könnte zusammen mit Lawrence gegangen sein, sie könnte zu einem der Gärten der Augen geworden sein, oder sie könnte Byrgenworth zu einem anderen, nicht festgelegten Zeitpunkt verlassen haben, um ihre eigene Forschung unabhängig zu betreiben. In jedem Fall, dank ihrer Forschung bezüglich der fremdartigen Äußerung der Great Ones, lernten die Loyalisten von der Wichtigkeit und Macht, die große Wassermassen innehalten. Betrachten wir einmal die See- oder Tiefseerunen. Große Massen an Wasser dienen als Bollwerk, welches den Schlaf schützt, und als Verheißung der schauerlichen Wahrheit. Überwinde dieses Hindernis und suche, was dir gehört. Anmerkung, Eldridge ist eines der zentralsten Worte im kosmischen Horror und findet in der deutschen Sprache leider keine angemessene Direktübersetzung. Eldridge vermittelt vielmehr ein Konzept des Fremdartigen und Unheimlichen, nicht fassbar oder erklärbar und doch zutiefst beunruhigend. Die Bezeichnung von Wasser als Bollwerk, als Verheißung der und gleichzeitig Schutz vor der Eldridge-Truth, der schauerlichen Gewissheit, dass etwas da draußen lauert, stimmt mit der defensiven Wirkung der wasserbasierten Carol Rune überein. Meister Willems letztes großes Ritual ließ Rom zu einem neu geformten Great One aufsteigen. Platziert am Boden des großen Mondseitensees von Byrgenworth sollte Roms Lehrergeist als Schild für unsere physische Ebene dienen, beschützt durch die Wassermassen des Sees. Dies verhinderte das Anlocken der Mondpräsenz durch Lawrences Kirche der Heilung. Durch sein Wissen und sein erlangtes Verständnis um die Natur der Great Ones konnte Willem die Nabelschnur des Weisen nutzen, um die Wiedergeburt eines neuen Great One zu erreichen, dessen leeres Hirn mit Augen zu bestücken und als lebendes Bollwerk benutzen, um die Great Ones, den Albtraum und den Blutmond zu versiegeln. Aber Rom bleibt weiterhin ein Mysterium. Wo genau kam sie her? Was genau ist die Lösung des Rätsels um ihre Existenz? Wir haben bereits festgestellt, was Vacuous bedeutet. Leer, geistlos. Beides Attribute, die einem Dummkopf oder einem Hirntoten zugeschrieben werden können. Rom jedoch wirkt nicht hirntot. Obwohl sie schwach ist, versucht sie durchaus, sich zu verteidigen. Zumindest auf die armselige Art und Weise, zu der sie in der Lage ist. Es gibt eine andere Art von Wesen, die blank sind. Leer. Philosoph John Locke beschreibt, dass Menschen tabula rasa geboren werden. Unbeschrieben. Leere Geschöpfe, deren Geist durch Erfahrungen geformt wird. Ein Wesen, das als blank bezeichnet werden kann. Unbeschrieben, ungeformt durch einen Mangel an Erfahrung. Ein Kopf leer von Gedanken, unfähig, sich außer auf armselige Weise zu verteidigen. Säuglinge. In der Welt von Bloodborne werden besondere Säuglinge als Köder benutzt, um die Great Ones anzulocken. Alle Great Ones verlieren ihre Kinder. Und sie sind zu diesen besonderen Säuglingen hingezogen. Säuglinge sind eine Möglichkeit, sie zu rufen. Hidetaka Miyazaki. Wir können eine Notiz in Yara Ghul finden, dem ungesehenen Dorf, zurückgelassen von einem toten Jäger. Albtraumhafte Rituale verlangen nach einem Neugeborenen. Finde eines und bringe seinen grauenvollen Ruf zum Verstummen. Der erste Instinkt assoziiert dies mit der Schule von Mensis. Sie müssen irgendein Kind benutzen, um ein Ritual zu vollführen. Aber Mikolasch und seine Schüler treten nur in die Fußstapfenmeister Willems. Sie versuchen, den Erfolg der Loyalisten von Bergenworth zu reproduzieren. Rum ist keine Great One. Bloodborne selbst sorgt auf diesem Gebiet für verständliche Konfusion, da es häufig viele unterschiedliche Spezies, Fraktionen und Gruppen als zugehörig zu den Great Ones bezeichnet. Aber die Kin, aufgestiegene Sterbliche, die ein klares Serum bluten, sind keine vollkommenen, kompletten Great Ones im Sinne der Mondpräsenz, der Amme und dem Weisen. Sie sind nur Kinn des Kosmos, verwandt, vergleichbar, angenähert an die finale Stufe der Evolution. Wenn Rom stirbt, erhält man von ihr Kinnkaltblut, kein großartigen Kaltblut. Rom, Tochter des Willems, sei es metaphorisch oder tatsächlich, geboren aus einer Forschung und benutzt, um aufzusteigen. Man beachte die Art, wie sie sich bewegt, geradezu verzweifelt versucht, uns zu entgehen. Sie scheint kindlich, infantil. Ungleich zu den anderen Kinn besitzt Rom über keine Art der Verteidigung, außer der Manipulation von Energie. Eigentlich scheint sie einer Spinne eher unähnlich. Sie sieht aus wie eine Raupe. Das Puppenstadium eines Schmetterlings einer, der vielleicht hätte wunderschön werden können. Das Puppenstadium Das Puppenstadium Das Puppenstadium Das Puppenstadium Das Puppenstadium Das Puppenstadium